Aber ist das bei Männern wirklich wahr, weil zum Beispiel man kennt ja, glaube ich, Studien in den USA, wo es um Soldaten geht, dass die natürlich häufiger irgendwie Gewalt dann zu Hause auch anwenden, aufgrund der Dinge, die sie erlebt haben. Und ich finde schon, dass jetzt in diesem bestimmten Fall der Kontext durchaus hergestellt wird. Ich würde schon dem zustimmen und ich glaube, du bezeichnest das als Unterverantwortlichkeit der Frauen, also dass Frauen grundsätzlich nicht so verantwortlich gemacht werden wie Männer für ihr Handeln. Kann man das so pauschal sagen? Ja, also jetzt, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, wenn es jetzt um den Übergriff geht, der Mann, der ist ja oftmals der direkte Täter. Da fällt mir halt dieses Rammstein-Thema, ich weiß, ich verstehe es auch, dass es schwierig ist, darüber zu diskutieren, aber da lässt sich sehr gut festmachen. Also dass der Mann, also hier der Rammstein-Frontsänger, ist der Täter, weil er diese jungen Frauen, die waren zwar volljährig, so sagt man zumindest, quasi übergriffig war.